Thomas! Du Gottverdammt, nein! Thomas! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu der Weiteren-Wund-Wund-Wund-Wund-Night! Mit dabei ist Thomas... Thomas, heute mit dabei. Was geht, Leute? Ich habe mir gedacht, ich werde mal gucken, ob Thomas anhand meiner Skills, die er schneiden musste, auf sein Game übertragen konnte. Keine Ahnung, was ich hier genau damit aussagen möchte. Ich wollte nur sagen, meine Freunde, es ist Zeit. Thomas und ich spielen jetzt gemeinsam eine Runde Fortnite. Das Ding ist, Leute, Thomas hat jetzt seit ungefähr zwei Wochen nicht mehr gespielt. Ich seit einer Woche. Was heißt, es geht? Aber, Leute, wir werden das Ding jetzt trotzdem rasieren. Ich war eine Woche in Südafrika. Ich habe auch gerade schon gesehen, dass es neue, schöne Skins gibt und der Schlachten und gefällt mir auf jeden Fall. Den kaufen wir uns natürlich direkt mal. Natürlich, gerade direkt gekauft, Alter. Oh, Mann, Alter. Junge. Aber schön, dass wir mal zusammenspielen. Ja, ne? Wird doch mal Zeit, Alter. Boah, der Schlacht nun sieht ja mal richtig geil aus mit den... Oh, damn. Das passt ja ganz gut, Alter. Nice one, okay. Thomas, bist du bereit, einen Duo-Win zu holen mit mir? Ja, aber du nicht. Jetzt mach ready. Okay, also, Leute. Wir werden jetzt in Tilted Towers droppen. Direkt einen Llama finden, die neu sind. Dann switche ich direkt zur iOS-Version, hole da 200 Kills und dann gewinnen wir das Game. Nein, also ich habe auf jeden Fall für diese Woche wieder eine Menge, Menge Sachen geplant, die iOS-Version rauszukommen. Ich habe mir neue Challenges ausgedacht. Heute Abend wird wieder gestreamt, meine Freunde. 18 Uhr. Seid auf jeden Fall am Start. Und am Mittwoch, ja, haben wir einen sehr, sehr prominenten Gast. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Ninja mit Drake gespielt hat. Und ich will jetzt nicht pushen, aber mein Gast ist ungefähr auf demselben Niveau wie Drake. Das ist kein Witz, Leute. Wenn das Mittwoch funktioniert, dann... Alter, da wird richtig rasiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich meine, das Schöne ist, Leute, Thomas kennt meine Spielweise besser wie kein anderer. Und weiß halt, wo ich immer rausgehe, weil Thomas halt immer die Videos schneidet davon. So, ich bin das. Drei, zwei, eins und raus. Ich habe eine Schrotflinte. Ich hole mir unten die Kiste. Ich habe halt nur eine Pistole. Jetzt habe ich eine zweite. Okay, wir können rocken. Okay, lass uns nach vorne zum Park pushen, Bro. Womit denn? Ich habe eine Pistole. Geh mir runter. Hat ordentlich Hits. Fahr mit. Ach, der ist echt down. Der ist echt down. Nice. Hab die finished? Ui, der ist gut für mich. Sein Maid ist hier. Der Maid ist um die Ecke. Warte, warte, warte. Thomas, oh! Oh mein Gott, hab ihn. Ich habe ihn. Da kommt der Linkste von außen. Nein, Alter. Zwei, zwei, zehn. Ah, die finish. Nein! Shit. Ey, Junge, es sind immer diese Abstauben missgestalten, Alter. Gut, war eine schnelle, energiereiche, wirklich sehr schnelle Runde. Ja, war stark am Ende. Hör mal einen Daumen nach oben da. Boah, ich merke richtig, dass ich lange nicht mehr gespielt habe, Alter. Ich zuck so rum und denke mir so... Was geht, Alter? Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich habe in der Woche, wo ich in Südafrika war, habe ich durchgehend von Fortnite geträumt. Ich bin so süchtig, Alter. Battlebus, bringt uns den Sieb! Wir gehen das Überschriftgeschäfts runter, fliegen dahin, gehen rüber aus Blauer Haus. Direkt holen uns die Kiste vor ihrem Park, gehen runter zur Tankstelle, gehen zum L-Haus, pushen Center, holen die von Center weg und nehmen die komplette Stadt ein. Auf geht's, Thomas! Genau. Ich sag dir, Alter, das wird jetzt unser Win. Das wird unser Win. Ich sag's, ich hab's im... Doch, ich spür's, ich spür's. Blaue Dreifachsalve, ist okay, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Ich hab C4 bekommen. Ich hab noch eine grüne Autopamp für dich. Okay, jetzt noch Schildtränker, dann können wir aufgehen, Alter. Dann werden wir aufgehen. Schildtränker und Granatenwerfer, ja, moin! So, wir gehen jetzt hier mal raus, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen passiver an der Seite raus, kann man mit. Okay, im Blauen Haus, vorm, vorm Blauen Haus. Ja, im Blauen Haus drin, ne? Ja. Warte, warte, geh mal weg, geh mal weg. Ich hab keine Ahnung, wie man das C4 zündet. Komm zu mir und mach rechtsblick. Ah, Dork! Boom. Gegenüber, gegenüber. Wo? Einer an der Tankstelle. So, nicht mit der Schrotflinte, Thomas. Vor Big Ben, vor Big Ben, hab ich gekillt. Nice. Bei mir? Steppt unten, steppt unten im Parkhaus. Er ist oben im Blauen Haus. Okay, warte, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Bin im Blauen Haus oben. Bist du von überall eigentlich? Alles klar. Einer down, hab ihn. Nice. Dann lass Tanke gehen jetzt. Da ist einer, hinter der Ecke, bei der Tanke, hinter der Ecke. Bei der Tanke an einer Ecke ist einer. Vorsicht, geh nicht drauf. Inselid. Nice, sehr schön. Nice. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Von oben, von oben, von oben, abstau mal von oben. Oben, von oben, von oben, von oben, von oben. N, O. N, 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 N. Hast du. Ja. Alter, Thomas. Komm rein, schnell. Oh mein Gott. Digga, drei Kills der Junge. Drei Kills. Bruder. Goldmedaille für dich, Bruder. Goldmedaille gibt's hier, Alter. Steps, steps, steps bei uns. Die kommen hier runter, die kommen hier runter. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, Thomas. Komm her. Wir sind ein bisschen offensiver. Mit drin. Oh, direkt mal hin. Zwei. Na, fahrt. Nein! Verf***te Scheiße! Eine Woche lang Fortnite nicht gespielt. Und man ist direkt wieder, als würde man das Spiel zum ersten Mal spielen. Das tut einfach nur weh. Au, 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 mein Bauch, au, mein Herz, mein Bauch. Danke, Thomas. Danke für deine rege Beteiligung an diesem Video. Ich will dich einfach untermalen. Schwer für Present Park, aber, ne? Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Wir machen jetzt mal, was du sagst. Ich habe einen großen Schildkrank, den zeichne ich mal rein. Nein! Ah! Ich habe mir gerade geworfen. Hilfe. Thomas? Thomas, alles gut daneben an? Ich lebe noch. Thomas, wenn du da Hilfe brauchst nebenan oder so, sag ruhig, ne? Also, wenn du da jetzt schon irgendwie, da muss man natürlich dann auch mal sagen... Du musst mich vor mir selbst beschützen. Vor unserem Haus. Wo? Hab ich gut gehittet? Einer von denen ist richtig, richtig low. Oh, mein Gott. Wo ist der zweite? Die wurden vom Däne-Haus beschossen. S.O. Ah, oh, mein Gott. Ich fette ihn ja richtig ein. Vom Däne-Haus und von rechts. Ich muss mich erst mal selten. Ich habe wenig Leben. Links von uns auch noch ein Spieler. Down. Nice. Beide down. Oh. Alter, was war das gerade? Du Tier. Okay, die looten wir. Da hinten, da hinten beim Fritz in den Haus. Hinten links am Fritz in den Haus noch einer. Ja, wir müssen den Circle jerken, Alter. Der wird schon vollgespritzt, Thomas. Komm. Der was? Was? Komm hier nach links zu dem Haus hier. Okay, also, pass auf. Situation ist folgende. Wenn ich mich nicht irre. Und das tue ich nie? Das tue ich nie, ganz genau. Sind die noch in diesem Haus vom Josef drin? Warte, bei der Tankstelle jetzt. Bei der Tankstelle baut sich einer hoch. Der kommt über die Tankstelle, pusht uns. Wow. Hates, hates überall. Ich habe übelgut geschluckt. Ja, die sind vor uns beim Fritz in den Haus. Siehst du das auf dem Fritz in den Haus drauf? Fritz in den Haus, ein Busch. Auf dem Däne-Haus ist ein Busch drauf. Ah, okay, ja. Ich sehe den. Und vor uns direkt, vor uns direkt. Vor uns direkt. Fritz in den. Die haben übelgut geschluckt. Die machen so viel Damage, Alter. Wir haben uns auch eben die zwei halt weggeholt, die wir uns. Wow. Da oben. Zone kommt. Oh, shit. Ich bin so low, Junge. Ah, die Zone ist aber gleich hier. Bro, ich habe 30 HP. Alter, der auf diesem Drecksteen-Haus, ey. Nein, ich bin down. Ich bin hinter dem Steil, gell? Der kommt? Ja, ich suche weiter. Einschuss, ich bin down. Viel schlau. Nicht, wenig schlau. Mann, Alter. Wieso lag denn das? Jedes verfickte Mal, wenn ich vor dem Gegner spiele, Alter. Ah, der hat eine Waffe. Lol. Was war das denn? Nein, ich habe einen gekillt. Thomas, ich bin unten, ich habe keine Waffe und hier ist ein Typ mit einer Axt und ich habe 10 HP. Äh, nein, ich bin dran. Achtung, Wilhelm Till. Ich habe auch richtig rangekackt. Ich habe einfach mit einer Pistole auf drei unarmed Lutes geschossen und nichts gerissen. Weg mit euch. Ich glaube, da ist aber keiner. Ach so, ja, die Granaten hier bilde ich mir ein. Da, da, rechts. Aufhören! Oh, Mann. Lol. Ja, was? Ah! Wie habt ihr das überlebt? Ich habe einen Kill gemacht. Ja! Nein. Der hatte 2 HP. Steps bei mir, Steps bei mir Thomas. Ja warte, Thomas. Beeil dich, unten drinnen. Ich bin auf dem Dach oben. Ich finde das Jagd, die wäre tatsächlich ganz cool für mich. Ich bin unter uns Thomas, unter uns. Zwei. Einer down. Beide down. Warte, sind wir? Aber ich wollte die 3er Seite, nice. Das war garstig. These kids got destroyed. Nice. Du verpisst dich immer direkt. Du musst hinterher. Warst du schon in der Mitte beim Baum? Ja, da habe ich hier die Autofarm mitgenommen. Sehr gut, Thomas. So schmeckt mir das an so einen Munitionskoffer. Lass mal los, oder? Okay, Bro, ich bin hier unten schon mal bei der Tankstelle. Wir müssen jetzt aufpassen, dass hier bei Battlefields keiner hängt. Links die Brücke lassen wir jetzt erstmal außer Acht. Nicht den Baum ab. Ne, das war ein Blatt. Thomas, Was? Die Bäume nie ganz abbauen, Bro. Ich renne hier gerade ziemlich offen. Ja, weil das macht ihr offen. Wir nehmen ja auch einfach alle auseinander, was uns jetzt hier so begegnet. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, hinten bei Battlefields ein Spieler. Das sind zwei als ein Team, die haben die hoch gebaut, okay. Hinter der Scheune ist so eine Schrampe und da stehen zwei Leute. Da, wir kommen. Hab ihn gettet. Wo ist der? Der baut sich ein. Wir müssen uns eigentlich sehen. Der rechts, der rechts geht schon noch. Hab ihn gut gettet. Es knocked. Nice. Ich pushe. Komm, wir gehen auf die Scheune drauf. Auf die Scheune oben drauf. Chill, 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 chill. Haben wir gut gettet. Beide down. Nice. Ja, 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 ja. Haben wir toll gemacht. Aber warte, warte, warte. Nicht zu sicher fühlen hier, Bro. Könnte sein, dass wir immer noch irgendwo anders Spieler sind. Wie viele Kiste hast du denn? Drei. Wieder abgestoppt, ne? Also, ich will dir jetzt auch gar nichts vorwirfen. Hä, nein, Alter. Doch. Nein, Junge. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Thomas, wir müssen definitiv weiter wegen der Zone. Okay, vor uns wurde gebaut, Thomas. Ja, ja, ja. Links vor uns. Lass uns trotzdem auf den Berghof bauen, oder? Dann können wir dich von oben pushen. Ja, vor uns liegt aber eine Menge, Menge Loot, Bro. Was haben wir denn da leckeres? Irgendwas, was dich lohnt. Ja, ich glaube Schildtränke und sowas sogar. Direkt vor uns Spieler. Direkt vor uns ein Spieler. Ein Spieler auf offenem Feld. Mit der Sniper. Komm mit, komm mit, komm mit. Thomas, komm mit. W, 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 w. Warte. Okay, der hat gut gefressen. Das sind, glaube ich, zwei Leute. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Hast du ihn? Okay, warte. Ich hab einen down. Pass auf, kriegst du mich hochgezogen? I try, aber der ist halt, äh, ja. Warte, 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 warte. Zwei Spieler, zwei Spieler, zwei Spieler. Oh, hier. Du stehst zu offen. Nein! Thomas, du bist eine Enttäuschung für das ganze deutsche Team. Ich dachte, sei still. Mann, Junge, ooooh. Digga, der Typ hat einen Kill, Alter. Guck ihn dir an mit seinem Standardskin, Junge. Deine Eltern lieben dich nicht und haben dir nie Geld gegeben für Fortnite. Weil ich hasse und verachte dich aufs Übelste. Junge, deine Eltern lieben dich aufs Übelste. Und wünsche dir, dass du den Abschluss bekommst. Das wünsche ich dir. AsamTG777. Leute, besser wird's, glaube ich, nicht mehr. Thomas, in den wichtigen Situationen weiß ich, du bist nicht da. Das zählt auf jeden Fall. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, Leute. Wie gesagt, erstes Game seit jetzt, glaube ich, zwölf Tagen für mich. Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. War jetzt nicht die Überglanzleistung. Die Tage geht's da weiter mit regelmäßigem Fortnite-Content hier auf meinem Kanal. Kommt bei Thomas am Kanal vorbei und ich nehme jetzt das Leben taurigerweise, weil ich die ganze Zeit immer wieder ins Gesicht bekomme. Also in diesem Sinne macht's gut, hau da rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.